Musik Bei einem 60. Geburtstag geht es in der Regel etwas ruhiger zu. Bei uns ist das anders, mitnichten so. Ich darf Ihnen heute unser Jubiläumsmodell anlässlich des 60. Geburtstags des Porsche 911 vorstellen, den 911 ST. Der 911 ST ist ein besonders puristisches Modell mit allen Genen aus der GT-Welt und nur 1380 Kilogramm Gewicht. Er ist damit der leichteste 911er in der Generation des 992. Dieses niedrige Gewicht konnten wir durch unterschiedlichste Leichtbaumaßnahmen erreichen. Wir haben beispielsweise vorne den Deckel aus dem GT3 in Kohlefaser. Weiterhin haben wir einen spezifischen Kotflügel in Kohlefaser und aus dem GT3 RS bekannt die Tür mit dem sehr dynamischen Einzug und auch das Dach. Beide auch wieder in Kohlefaser. Auch aus dem GT3 RS bekannt der Überrollbügel aus Kohlefaser. Und was ganz spezifisch für dieses Modell ist, ist die serienmäßige Zuordnung der Magnesiumleichtbaufelgen. Auf der Vorderachse in 20 Zoll, auf der Hinterachse in 21 Zoll. Für den absoluten Fahrspaß und das tolle Ansprechverhalten haben wir im 911 ST eine Leichtbaukupplung mit einem Massenschwungrad, die 10,8 Kilogramm leichter ist als in einem GT3 Touring mit Handschaltgetriebe. Den Motor haben wir aus dem GT3 RS übernommen. Es ist der bekannte 4,0 Liter Saugmotor mit 525 PS und 465 Newtonmeter. Auf Landstraßen bietet der 911 ST ein Fahrvergnügen und ein Fahrverhalten, wie Sie es bislang bei noch keinem Modell aus der Baureihe 911 vorgefunden haben. Wie immer bei Porsche ist auch dieses Sondermodell limitiert. Exakt 1963 Kunden dürfen sich freuen, dieses Fahrzeug ihr eigen zu nennen. Besonderheit auch im Fahrwerk. Wir haben beim 911 ST eine Doppelquerlenkerachse vorne und eine Mehrlenkerachse hinten. Wir haben aus Gewichtsgründen auf die Hinterachslenkung verzichtet, was dem Fahrspaß, der Fahrdynamik und der Präzision dieses Fahrzeugs beim Fahren auf einer Landstraße überhaupt keinen Abbruch tut. Auch die Fahrleistungen sind über jeden Zweifel erhaben. 0 bis 100 in 3,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 kmh. Beim GT3 RS ist die Aerodynamik auf maximalen Abtrieb für die Rundstrecke ausgelegt. Anders sieht es hier beim 911 ST aus. Wir haben hier eine aerodynamische Balance für das sportliche und dynamische Fahren auf der Landstraße. Deswegen haben wir Lufteinlässe am Bugteil vorne. Wir haben gemäß der Anordnung auch im GT3 Luftauslässe im Deckel vorne. Die Rathausentlüftung ist vom GT3 RS. Und wenn man dann an das Heck geht, kann man den sehr ausgeprägten Diffusor unten am Fahrzeug erkennen. Und zu einem so klassischen Auto und ich glaube, da sind wir uns alle einig, da passt kein großer Heckflügel. Deswegen haben wir uns beim 911 ST für einen ausfahrbaren Spoiler entschieden mit einem Gurney drauf. Der Spoiler fährt bei 130 km pro Stunde aus und fährt in der Folge bei 105 kmh auch wieder ein. Leichtbau setzt sich auch im Interieur des 911 ST fort. Und serienmäßig haben wir unserem Sondermodell die CFK Vollschalensitze spendiert. Hier dargestellt mit einem besonders edlen und dezenten Nadelstreifendesign. Und weiterhin haben wir die CFK Zuziehgriffe aus dem Beisachpaket des GT3 RS. Ein besonders schönes Detail sind die grün hinterlegten Elemente im Drehzahlmesser und in der Sport-Chrono-Uhr, wie wir sie aus den frühen 911ern aus der Historie kennen. Diese wunderschönen grünen Applikationen finden sich auch wieder auf der Uhr, die wir exklusiv und ausschließlich Kunden des 911 ST anbieten. Es ist der Chronograph 911 ST von Porsche Design Timepieces. Optional bieten wir das Heritage Design Paket an. Eigens dafür haben wir eine neue Exterieurfarbe entwickelt, Shaw Blue Metallic. Dazu sehr stimmig wirkt die neue Felgenfarbe Keramica. Auch im Interieur haben wir beim 911 ST eine Besonderheit umgesetzt. Eine Bicolor-Semi-Anilin-Lederausstattung in Schwarz und Cognac, sowie ein Dachhimmel in perforierten Dynamica. Ich hoffe, Sie sind mit mir einig. Ein Hochdrehzahl-Saugmotor mit einer maximalen Drehzahl von 9.000 Umdrehungen pro Minute, puristische Ausprägung, Leichtbau, Agilität, Spontanität, ein zeitloses, wunderschönes Design. Das sind die Zutaten für unser Sondermodell anlässlich des 60-jährigen 911-Jubiläums der Porsche 911 ST.